... eine Sinnesbefriedigung. Da haben wir ein bisschen was vorbereitet. Und zwar, wir hätten da auch schon den Kandidaten dazu vorbereitet, aber leider hast du den vor einer Woche absendiert. Und somit brauchen wir einen Ersatzkandidaten. Entweder meldet sich für freiwillig oder du bestimmst denjenigen. Und zwar haben wir da, weil du ja so gern kommst. Eine kleine Pfanne. Eine kleine Pfanne. Eine Pferdflatte. Und einen wunderbaren Schokaler-Chickenback. Marmelade habe ich gesagt. Oma, steh auf! Marmelade! Weg du Oma! Liebe Benziner, du wirst uns jetzt... Und ein Däuler mit Besteck! Du wirst uns jetzt eine feine Baller-Chickenback bereiten. Und einen Staubzucker. Und diese dann an irgendeinen Freiwilligen oder Nicht-Freiwilligen verfüttern, ja? Bitte sehr! Mit Schupfeinlage! Ja, ja, natürlich! Bitte sehr! Bitte sehr! Go, Betty! Das ist gut! Das perfekte Dinner! Das ist gut! 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 Ich bin schon zu hart. Ich weiß nicht, ob ich keine Knoten stehen soll. Ich bin beide gerade. Ach, ich bin bescheuert. Was für bescheuertes, ne? Das war das nicht gegeben! So! Ich bin lieber gerne vor was. Ich kann beim nächsten Mal nicht essen. Kommst du euch überlegen, wo du das jetzt in den Augenblick bist! Uh! Danke! Nein! Kommst du dir das von mir! Das ist ja nicht dumm! Es ist zu groß, wie der Föhrstel ist, wie man es machen kann. Schau, jetzt kommt es bei der Mama. Wir haben das Haar. Ach so? Wer muss das noch zu essen? Wer muss das noch zu essen? Jetzt, ich bitte, sucht einen in der Anwesendung, Männer, Schuhe, und Jungs. Wollt ihr männlich jetzt gewesen sein? Ja, mach dich gern. Ich lasse den Publikumsjocken. Nein! Gibt es nicht mehr, ist schon gewohnt. Ich brauche mich da. 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 Mosa Mosa. Mosa Mosa? Ja. Nein, Erwin. Erwin. Erwin! 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 Wuuuuuuuuh! Yes! Wir wollen den Erwin sein. Wir wollen den Erwin essen. Wir wollen den Erwin essen sein. Das war's. Schupfen! Schupfen! Oh, das ist schön! Das ist die geilste Bröllhobende, also das ist. Liebe Betty! Betty, schupf einmal! Das ist so schwer! Das ist so schwer! Ah, was ist das denn? Nein! Das löst nicht automatisch! Wir kommen zu Führer, die Hausfrau. Wo kommt es? A Tiflung! Wenn mich lebt, dann muss ich mal herwischen! Das ist so schwer! 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 Ich finde die schönste Jaffa! Das ist so schwer! Das könntest Feindler! Da ist so kleine Te Ally! Jetzt kannst du halt viel aufbauen, das war nicht in dein Herz. Ein großer Wunsch für die Rüste, ich bin hier. Ja! Nur mal Zugabe! Das ist ein Kostwerk für die E-Signal. Das ist ein Kostwerk für die E-Signal. Ich habe die E-Signal mit 6. Kommt ja hin, wer erbt, ja. Du sitzt sehr viel. So, bachstuhl. Ja, wenn du da bist. Jo? Hoppala, tschinke, a la fe. Jo? Drei rei gebraht. E-H-M, E-H-M, E-H-M! Wuh, wuh, wuh! Kann dir noch gut leisten, ich habe noch nur ein Video. Oh! Oh! Du musst es nicht lesen. Aber ganz Wahnsinn. Ich mag es ganz bis morgen. Bis Sie morgen. Anzug und durch. Oh! Oh, mit so viel Liebe. 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 Liebe Peti, für mich bist du schon gewesen. Oh, mit so viel Liebe. 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 Ich muss nicht fertig gewesen werden. Liebe Peti, ich danke dir. Und ich wünsche dir mit einer neuen Herausforderung. Alles nur Erdenkliche. Gute. Geh mit Gott, aber geh!